Aaaaaaah Ich muss mich ganz kurz schrecken, so Huch, so, nochmal schnell neu laden Das ist Musik, okay Okay, da hinten hat es noch Kohle, ich nehme das auch noch schnell mit, bevor wir nicht runter gehen Okay, ich nehme jetzt meine ganze Mut zusammen Meine ganze Mut Und gehe dort runter Ist mir ein bisschen peinlich So I'm a man I'm a man Hehehe Hallo Ist da unten etwas Wäää Alter Boah Das wäre der Hobel, den ich gehört habe Okay Siehst du gerade gewiss, da läuft etwas auf der Erde um und da oben ist nämlich die andere Höhle Oh, Alter Und dann noch ein Creeper, ey Ich schwitze gerade aus jeden Poren aus, ey Ich weiß nicht, was mit mir falsch läuft Offenbar sehr viel, okay Nein, wir haben keine Facken mehr Das ist nicht gut Das ist nicht gut Hast du gerade in einer Sack, was? Äh, 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 da facken Nein, äh, äh, so Können wir erst mal wieder 64 machen So So Die holen wir noch mit Pfff So So Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich ab und zu mal vielleicht Facecam anmache, wenn ich so etwas mache In der Höhlentour oder so, dass ihr seht, wie ich mir da in die Hose scheisse Ähm Und ja Ich sehe echt nichts Ich sehe echt nichts Ich sehe da echt nichts 35 Ich sehe immer noch nichts, scheisse Boah Was ist denn das für eine Hölle? Boah Das ist mein erstes Mal, dass ich so eine fette Hölle finde Ungelogen Ich bin ein wenig überfordert Ich höre ein Skelett Auf meinem linken Ohr Das ist eine Sackkasse, okay So Ich komme jetzt erst mal da mit Ich habe schon gedacht ich habe keinen Platz mehr im Äh Im Inventar So Wieso geht das eigentlich das Rezeptbuch immer an? Man kriegt das auf So Ich muss ja jeden Fall mal zwischen den Aufnahmen mal noch wegen einem anderen Shader schauen Weil der andere ja eben, wie gesagt, ein wenig verpackt ist Wir haben vorher gerade gemerkt So Da hinten ist noch irgendwo ein Skelett, ne? Das höre ich Ich höre eigentlich gerne zu dem Ich höre Wasser Vielversprechend, vielversprechend Ach du Scheisse Ach du Scheisse Ah Skelett haben wir gefunden Ok, Skelett wird weg Hallo Hallo Mach das Wasser weg, ey Was ist denn das da? Ist das eine Schlucht? Alter Was zum Teufel Was ist das da für eine Megahöhle? Boah Alter, was ist denn da? Boah Sind wir da in einem Emmentaler drin, oder was ist das? Boah Hey, da oben ist wieder so eine riesige Öffnung Boah, ich muss schnell Blöcke ausrüsten Ähm Was ist das? Was ist da schnell über den Krann? So So Ich muss noch mal Boah Boah Ja, also Ich glaube, wir haben das wollten, was ich wollte Nämlich eine riesige grosse Höhle Sehr gut Also wirklich sehr gut. Ich meine, das ist jetzt nicht ironisch. Logisch geht's da raus. Wieso auch nicht? Ähm... Hier geht's aber noch weiter. Ja gut, wir sind jetzt auch recht ein Stückchen hochgegangen. Es ist verständlich. Hier wachsen Pilze. Ich nehme die einfach mal mit. Wow! Wow! Okay, da geht's raus. Ich röte aber noch nicht raus. Ich röte jetzt erst noch alles mitnehmen. Kann es sein, dass die Musik aufgehört hat? Jo, okay. Es hat wirklich nicht viele Lieder auf dieser Playlist drauf. Ich muss die mal erweitern. Eigentlich schon. Aber irgendwie... Da drauf nicht. Auf meinem MacBook hat's... Mäh... Mähl... Im MacBook hat's recht viele Lieder drauf. Aber irgendwie da nicht. Komisch. Ich muss mir die mal rüberziehen. Dass ich die da auch habe. Mähl... Ich muss eh noch schnell schauen, wie lange es ich jetzt schon wieder aufnehme. OBS! Jetzt dann schon wieder 40 Minuten. Ja, das ist ja schon mal gut. Da mache ich erstmal eine Pause. Wieder bei 45 Minuten. Dann nehme ich erstmal etwas anderes auf. Und dann nochmal Minecraft. Und dann vielleicht nochmal Never Alone. Wahrscheinlich sogar Never Alone. Ähm... Gut. Wenn die Erfolge da raus kommen, ist es wahrscheinlich eh schon soweit. Ähm... So. Sehr gut. Hat man das auch schon da? Ähm... Ach du Scheisse, dann geht's ja auch noch runter. Boah... Ja, das ist nicht schlecht. Pfff... Dort hinten leuchtet es. Kann... Dort hinten sind wir ja vorher gesehen, als der Creeper uns so verschreckt. Oder mich besser gesagt so verschreckt hat. Ähm... Das ist... Das wahrscheinlich, oder? Die andere Fetthäule, die dort angeschlossen ist. Das ist ja geil. Weil da wachst Algen. Bist aber nicht... Ja... Ich glaube... Jetzt sind wir vorher gewesen, oder? Ich meine, das ist ein Fack. Aber ich mach mich grad nicht daran erinnern. Ich muss da schnell alles zubauen, wie das da... Offenbar alles unendliche Wasserblöcke sind. Und das finde ich mega geil. Hä, wo sind wir da? Äh... 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 Da hinten, eröchelt es wieder, wegen dem Drowned. Uah... Die Halle haben mich grad verschrocken. Logisch, wieso nicht? Hallo? Äh, wo sind wir da? Äh... Ich weiss es nicht. Hä? Wann... Sind wir da gewesen? Ich weiss es schon nicht mehr. Aber wenigstens hat es doch Kohle. Um das erstmal mitnehmen. So. Gut. Wir haben schon keine Facken mehr. Wir haben hier. Aber ganz ehrlich, wo sind wir da? Äh... 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 Ich weiss es gleich wo. Ich weiss es gleich wo. Nein, ich weiss es nicht. Okay. Ich weiss... Ich weiss nicht, wo wir da sind. Aber Hauptsache es hat Eisen. Das ist das Wichtigste. Wieviel haben wir jetzt eigentlich schon? Ähm... 41. Ernsthaft? 41 genug. Ah, als ob das sein kann. So, was ich noch muss haben, ist... Es sind Fackle. Das verdringen. Es geht auch langsam das Holz aus. Oder mir zumindest. Ich weiss nicht, wo uns Holz ausgeht. So. Zack. Ich weiss nicht. Ich muss nochmal ganz schnell schauen. Wäh! Ja. Ähm... Ich mache hier ganz schnell eine Aufnahmepause. und nehme inzwischen noch mal schnell etwas anderes auf, ich muss so schnell eine Pause machen, ich muss mich da schnell ein bisschen abregen. Ich gehe einfach mal schnell in einen sicheren Ort, vielleicht da hinten einfach. Und ja, wenn euch die Folge da gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin sehr gespannt, was es da unten noch hat und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ade miteinander. Ade miteinander.